Vereinfache mit Hilfe der binomischen Formeln Suche dir von den drei binomischen Formeln die Formel aus, die zu dieser Aufgabe passt. Das erkennst du ziemlich schnell am Rechenzeichen in der runden Klammer. Hier passt die zweite. Lass dich bitte nicht durcheinander bringen von den unterschiedlichen Variablen A und B. Das gelbe A in der binomischen Formel steht für den gesamten Term vor dem Minuszeichen. Bei uns 0,1 A. Das grüne B in der binomischen Formel steht für den gesamten Term hinter dem Minuszeichen. Bei uns 0,3 B. Den schwierigen Teil hast du schon geschafft. Jetzt musst du nur noch die Terme für A und B in die binomische Formel einsetzen. In das gelbe A setzen wir 0,1 A ein. In das grüne B 0,3 B. Bei A² und B² bezieht sich das Quadrieren auf den kompletten Term. Deshalb müssen wir eine Klammer um den Term setzen. Hier brauchst du keine Klammer. Du quadrierst ja nicht. Hier denkst du bitte wieder an die Klammer. Du quadrierst den gesamten Term. 0,1 A in Klammern ins Quadrat bedeutet 0,1 A mal 0,1 A. Oder kurz 0,1 ins Quadrat mal A². Da beim nächsten Term überall ein Mal dazwischen steht, kannst du das Kommutativgesetz anwenden und die Reihenfolge vertauschen. Hier erhältst du 0,3 ins Quadrat mal B². Da Punkt vor Strich gilt, kannst du jetzt die einzelnen Terme noch vereinfachen und berechnen. Dein Freund, der Taschenrechner, der hilft dir notfalls dabei. Noch kurz schauen, ob du mit der Apfel-Banane-Regel was zusammenfassen kannst. Dann bist du jetzt fertig! Untertitelung des ZDF für funk, 2017